Scheiße Ich habe das jetzt wieder nicht da hoch weil ich runter gefahren bin. Mach noch eine neue Stadt nochmal mit dem. Einen gebe ich mir noch und dann nehme ich halt Roadkill, wie gesagt. Es hat im Prinzip eigentlich einfach keinen Zweck, das dann noch zwanghaft versuchen zu wollen. Wenn man die zwei schlimmsten Stellen, wenn man da runter fällt. Das ist einmal bei dem Parkhaus und einmal bei diesem... Nee, drei schlimmsten Stellen. Das Parkhaus, dieser kaputte Flugzeugträger mit dieser Mini-Rampe vorne dran. wo ich vorhin runter gefallen bin. Und... diese Gebäude... diese Baustelle da. Wenn man die nicht schafft... Fuck it. Stop it mal! Ihr stresst mich schon voll. Ihr seid so nervig, ich glaube. BAM! Das habe ich euch schon weggefetzt. Okay, momentan läuft. Aber Fagg ist halt nur wie lange noch. Nein! Warum? Jetzt habe ich mich mal konzentriert und habe nichts gesagt und dann fällt ich da runter. Okay. Aber noch... Guck mal hier! Er hängt überall fest. Egal, wir versuchen das jetzt einmal wenigstens zum Ende durchzuziehen. Vielleicht kann ich die ja nochmal überholen. Sind wir mal ein bisschen optimistisch, auch wenn ich es leider nicht so ganz glaube. Nicht überzeugt, der Optimist. Ich glaube, als Rebase ist es auch machbar. Dieser Sprung ist geschafft. Kontrollpunkt. Ich bin gerade vierter. Kontrollpunkt Bonus. Nein, sechs. Oh, komm schon! Hängt dann überall fest. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt Bonus. Turbo Aufladung. Was? Wieso hat der nicht gezählt? Ich verarsch mich. Kontrollpunkt. Okay. Ich kann es vergessen, weil diese Säue mich hier nicht hoch... am hochfahren lassen. Wir versuchen es jetzt mal als Roadkill. Ich bin mir wirklich definitiv nicht mehr sicher, mit wem ich es geschafft habe. Da muss es ja passiert sein. Ähm, Roadkill. Mit Kamikaze könnte ich es eigentlich auch noch mal probieren. Machen wir es jetzt so, drei Versuche, Maximum pro Wagen. Und dann wechseln wir. Also werde ich jeden Wagen zehnmal gespielt haben. und dann werde ich auch noch merken. Ja, schau mal auf. Die Ligaan brauchen jetzt nicht unbedingt. Komm schon über treiben doch. Leutig. Gut, ich habe Repair zerstört. Oh Gott, jetzt geht bei uns hier im Dorf draußen voll die Glocken laut los. Äh, Glocken hatte ich gesagt. Vertreibt es doch. Ich mach es schon fertig, ich mach es schon. Ich bin irgendwie schwerfälliger, kann das sein? Schon, im Vergleich zu. Pfff, Prims and Frui ist eigentlich jeder schwerfällig. Okay, jetzt muss, jetzt gilt's. Das hätten wir nicht von der Fun. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, guck mal, ich häng schon wieder irgendwo fest. Okay, das hätten wir, das hätten wir. Komm schon, ich sammle. Ich glaube, ah nee, die sind gar nicht so weit hier vorne. Die könnte ich noch kriegen. Jetzt hol's euch jetzt mal alles weg, gern lassen, was ich hab. Der ist gleich verboten. Diesen Jump. Würde ich gerne schaffen, wow. War gerade so, wa? Den hätte ich aber auch gleich besiegt. Komm schon, schaff es hier mal rein. Nein, was? Wo fährst du denn lang? Nein! Ich hab, ich hab es definitiv... Ich meine, ich hab's mit Crimson Fury gespielt. Ich wechsle jetzt doch, ich hab keinen F. Ich werde das jetzt durchbreisen mit Crimson Fury. Oder anderen Wagen kann ich eigentlich vergessen bei diesem Rennen. Das ist noch nicht machbar. Aber da probieren wir mal Kamikaze. Warum eigentlich nicht? Aber einer von denen war das. Ich meine, es war Crimson Fury. Ich bin mir eigentlich... Na, zwar nicht zu 100%, aber zu... 75% sicher. Go! Das war die Schockstärke. Siehst du? Dann war der hier, glaub ich. Hört auf. Knäppisch nett. Okay. Komm schon, den triffst du. Jawoll! Crimson Fury, genau der... ...der eigentlich hier der Schnellste ist. Ich bin gerade vor ihm. Ha! Perfekt. Ich fau sie auf der Suche. Ah, das geht doch gerade. Es war dann, dann war es Kamikaze. Weil ich wusste immer, es war einer mit einer Schockwelle. Aber... Crimson Fury war ja eigentlich... ...ein bisschen unkontrollierbar. Kontrollpunkt. 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 Der Gesundheitsbonus. Und ich bin gerade noch gut in Führung. Kontrollpunkt. Spezialwaffe regeneriert. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich ja diesmal wirklich das hier mitnehme. Kontrollpunkt. Ich hab irgendwie gerade voll den Drall drinne. So, schaff ich's da nicht hoch. Wo darf ich denn noch führe? Ne, ich führe nicht mehr. Nein! Ach komm! Wieso schaff ich's da nicht hoch, diesen Jump? Das darf doch nicht wahr sein. Das muss doch machbar sein. Äh. Fuck me. Das Ziel ist fast alles. Drei. Zwei. Eins. Okay. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Ich seh scheiße! Ich seh überhaupt nicht was abgeht. Ah. Leute, chillt mal. Chillt doch mal. Das bringt ja alles nix. Roadkill und Finsen Free. Irgendwie so typisch. Kamikaze, Finsen Free, Roadkill. Machen die Top 3 aus. Let's go. Fuck. Ich hab es nicht geschafft. Den Einser saß nicht richtig. Das war ich erster eben. Fahr doch halt zurück. Ich bleibe an jedem Scheißdreck hängen ey. Das gibt's überhaupt nicht. Kontrollpunkt Bonus. Turbo Aufladung. Kontrollpunkt. Der war etwas sehr knapp. Wir haben es geschafft. Holy. So unkontrolliert. Ich hab mich jetzt Feuer aktiviert, weiß ich auch nicht. Wow, ich dachte schon ich hab's da nicht drüber. Kontrollpunkt. Jetzt kommt dieser Mist wieder. Ja. Der war doch schön. Nein. War doof hinter mir. Seriously, das nervt. Fuck. Ach man. Roadkill vor mir. Könnte ich noch klappen. Oh. Steuerung ist hier in diesem Level doch echt so für'n Arsch. Nein. Gibt's überhaupt nicht ey. Und jeder Scheiße runterfällt. Toll. Ich finde den Aufgang nicht. Wo ist denn der? Ich kann's eigentlich wieder vergessen. Wo ist denn der Hof? Wo fährst denn hier hoch? Hm. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist an dieser läppischen Stelle da nicht weitergekommen. Was für'n Arsch. Das Ziel ist fast erradlich. Drei. Zwei. Eins. Go get it. Das ist doch schon mal geschafft. Wieso schaffe ich das jetzt nicht wieder? Ich habe mir doch seine Zähne dran ausgebissen. Hier ist da so viel Lust. Den Waffen brauche ich hier nicht. Für dieses Rennen. Ich bin jetzt übergegeben. Ich sehe es nicht. Warte auf! Die drängen mich so übel ab. Ich sehe gar nicht was abgeht. Was hat mich denn jetzt schon wieder weggezogen? Also, es ist ja auch was. Diese scheiß Kontrollpunkte, die fliegen ja auch so vor mir her. Ich habe den schnellsten erstmal ausgenockt. Sollte mir ein bisschen mehr Luft geben. Nein, 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 nicht runterfallen jetzt. Okay, konzentrier dich. Nicht auf die Musik von Rennkirchen. Nein! Ich hatte so einen schönen Abstand und dann mache ich da noch einen Mist. Wieso über... Ja, hier ist sie mal voll überfrachtet, die Steuerung. Eigentlich, ähm... Fand ich schon, dass die ganze Zeit so, aber hier merkt man es halt allzu deutlich. Eins... Ihr fuckt mich alle ab. Ihr fuckt mich alle ab. Okay, ich glaube, wir hören Rob Zombie, oder? Klingt auf jeden Fall. Nach seinem Musikziel. Na komm, der bringt mir doch jetzt Glück, oder? Okay, das hat noch gefehlt. Haha, eingefahren. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Gesundheitsbonus. Kontrollpunkt. Okay. Kontrollpunkt. Holy shit. War das knapp. Okay. Jetzt habe ich schon einen guten Abstand, aber ich darf ihn nicht wieder so verschenken, wie das davor passiert ist. Kontrollpunkt. Turboaufladung. Aber erstmal versuchen wir an diesem Flugzeug hier vorbeizukommen. Kontrollpunkt. Es ist gar keiner hinter mir. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Go get it. Jawohl. Das hätten wir geschafft. Wow. So ein Jump ist mir ja noch nie geklickt. Oh, scheiße. Ist schon da. Der nächste. So. Das wäre geschafft. Konzentrieren. Das schaffen wir. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. So, jetzt kommt die Endphase schon. Kontrollpunkt. Den Bash. Muss ich es hier hochschaffen. Den hier noch. Erreiche den beweglichen Kontrollpunkt. Wo war der letzte? Über die Brücke, genau. Komm schon. Ich bin noch führend. Ich schaffe es zu dem. Ich weiß, wo er ist. Aber nein. Ich bin drüber geflogen. Komm schon. Wieder zurück. Da ist er. Da ist er. Ich muss hinten drauf. Nein. Nein. Jetzt aber. Komm. Boah. Meine Fresse. Was ein Krampf. Ich habe eben schon nicht mehr dran geglaubt, dass ich das hinkriege. Ich hätte einfach gesagt, fuck it. Ich gucke das woanders. Ich gehe schon ins nächste Level, weil ich ja schon einmal durch habe. Aber nee, wir haben es geschafft zum Glück. Was? Ich habe sogar Gold gekriegt für den Mist. Und dabei habe ich es beinahe gar nicht geschafft, da drauf zu kommen. Nein. Was eine Scheiße. Was eine absolute Scheiße. Darf man ja niemandem hier sagen.